Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Hannibal Fleisch. Ja man, gute Nachrichten für alle Schatzis. Knapp drei Jahre sind seit dem letzten Album von Hani vergangen. Nun meldet sich der Frankfurter mit Album Nummer 3 zurück. Fleisch kommt mit 14 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von JLo und Abdi, Olexesh und Prodigy. Das Album kommt über Aslaks und erscheint als CD und auch als Box. Alex und Maxwell Obststand 2. Die Jungs vom Obststand sind zurück. Vier Jahre ist es her, da veröffentlichten Alex und Maxwell den ersten Teil. Nun kommt der heiß erwartete zweite Teil. Obststand 2. Beinhaltet 15 Tracks. Features kommen unter anderem von Bones MC, Jesus und Saphir. Das Album kommt über Chapter 1 und erscheint als CD und auch als Box. Green Smaragd. 2015 erschien mit Vergessenes Königreich das erste und bis dato auch einzige Album von Green. Nach mehreren EPs ist es jetzt an der Zeit für Soloalbum Nummer 2. Smaragd kommt mit 12 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album kommt über Irie Vibrations Records und erscheint als Box, als CD und auch als Vinyl. KDM Karat und Yankrelin Trippi Trippi ist das Resultat, wenn sich Cloud Havra, Yankrelin, Drill Dadash Karat und Elektro Fonka Lars Lichtgestalt zusammenschließen und von Thailand über München bis zum Salzburger Hanuschplatz eine Luftbrücke bauen. Die EP ist geprägt von klassischen Rap Pattern, Elektro Synthes und verballertem Genuschel. Trippi kommt mit 5 Tracks, Features kommen von Dima, Fuckin' Scurs und Drecksor. Die EP kommt über Hanuschplatzflow und Kalash Dadash Musik und erscheint nur digital. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.